so weiter geht's mit Lele so machen wir gerade den Einsatz auf 50 Cent dann sehen wir mal den Gewinnplan verschiedene Scatter-Wiles aber sieht nicht nach freispielen aus dann machen wir mal ein paar rum so 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 Das war's. naja, ich mach mir mal was anderes so, lord of fire so, erstmal ein einsatz auf 60 Cent, so, Scatter mit Freispielen und erscheint auf Walzer 1, 2 und 3 während der Freispiele zählen Sonnen- und Mondsymbole, Preise überlaufen jeder Walzer, ok mit wieviel, naja, schauen wir uns das mal an auch wieder mit dem Slide muss mal kurz nen Break machen so, schauen wir mal weiter so… auf ne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss mal kurz den Brake machen. So, schauen wir noch mal ein paar. So, schauen wir uns mal an. So, schauen wir uns mal an. So, schauen wir uns mal an. Ne, 32 müssten sein, wenn er zweimal gezählt hat. So, schauen wir uns mal an. Ich probiere mal was anderes. Okay, es war laut auf der Mauer, weiter mit Magic. Und dann auf 80 Cent drücken Sie Start um zu spielen. So, das ist das bei 80 Cent. Und der Gewinnplan eigentlich relativ überschaubar. So, das ist mir التausch. So, ich bin'sger krót. So, ich bin'sgerушка. Ohne, ich bin'sger summarum. So, ich bin'sgebt, weil ich da hin. So, ich bin'sger rubbish. So, ich bin'sger webs suggesting. 3 freie walsen drehungen 3 freie walsen drehungen irgendwie komme ich trotz des hohen einsatzes mit den spielen nicht wirklich voran bei den neuen schlau auch mal wieder den zauberhut in der mitte der irgendein bonus muss man auch mal zum break machen bis gleich